Mein Hass kennt keine Grenzen. Vielen Dank. 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 Also ich gehe jetzt einfach mutterfuhr aus, dass das ziemlich ekelhaft wird. Ja, das ist nicht klar. Ja. Guckst du dann auf deine Kälte? Oder? Oh, noch anderem. Ja. Oh, dann hätte ich schon mal. Gut, gut. Okay. Oh, jetzt könnten sie mich eventuell haben. Ja. Ja. Ja, das ist natürlich schade. Ja. 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 Ja und die vier Knaller. Ja und die vier Knaller. Ja. 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 Ist das alles nehmt die Altäre ein? Oh oh. Ist das ein großes Interesse an dir? Hat das Sinn? Jo. Ihn haben sie. Töte sie in Mardin. Ich hab mich reißen. Ah, tisch ab. Geh mal. Oh, war der heist auch nicht auf dir? Doch aber. Boah, bis jetzt viel schade. Jupp. Es wird euch ergehen wie allen anderen vor euch. Vielleicht, ich muss dazu sagen, waren wir noch nicht Level 7. Oder ich hab das Level 7 Talent gewählt. Ja. Durch das, block ich einiges an Schade, was ziemlich fair ist. Oh. Oh. Und der dich macht jetzt so. Oh. Also in der Mitte unterwegs. Okay. Hm. Wo? Hm. Und jetzt? Machen wir jetzt? So. Oh. Wird er gefeet. Ich glaube ich ab. Die gehen wir ab. Die gehen wir ab. Die gehen wir ab da unten, ja. Die gab mir nicht. Das war aber brutal. Oh, der Kill, das ist tot. Oh, das ist ein Bug. Ich kann das Strahlwerk nicht machen. Oh. Wir sind jetzt doofen, dann müsste ich eigentlich... Müsste ich den alle A packen. Er ist weg. Er ist schon weg, oder? Hm. Kann sie vor uns denn mit sehen? Macht das Sinn? Hm. Ein weiterer Torem untersteht in meinem Befehl. Oh. Den müsste ich an. Sputet euch Helden. Lasst nicht zu, dass die Lakaian zufrieden werden. Oh. Haha. Okay. Das war schnell. War eh nicht schwer. Oh. Gut. Verlieren wir jedes Spiel. Mit Illidan und Morales. Und allen, die den Toten gräber dienen. Mhm. Oh, ohne. Oh. Oh, das ist ja. Oh, das ist ein tomer창. 'takt bet geworden. Oh. Das war's. ...bald schlägt die Stunde. Oh, warum ist den tosten Gräber dafür büßt? Darnitzen. Fuck is it. Ja. Meine 5. Oh, ne. Gut getötet. Ich glaube genau. Sicherheitshalber sollten wir so leichte Brust machen. Okay. Das ist Scheine, oder? Nein, das ist eigentlich okay. Wenn ich schließe, wissen sie Bescheid. Alles in Ordnung. Oh. Ich habe das Strahlen immer auf dem Rüstischen. Wenn ich nochmal durchtrick, ist er weg. Das ist richtig, ja. So dazu fallen wir in. Der Alexander Benoit. Der macht den Strahl gar nicht erst drauf. Dann kann er auch nicht runter gehen. Und er heult jetzt nicht ganz so gern. Oh. Alter, das ist ein klitzig Tausend. Geht'n du ab? Ja, gut. Hm. Und wie geht's ihm? Wie geht's ihm? Ich habe bei unserer Zitadelle einen Tunnel errichtet, der in die Mitte des Schlagwitz führt. Ich bin damit errichtet, der im Stich. Ich darf mich tief oder... Ich meine... Ich wusste, dass das Glück ist! Ich habe eben für seinen Tunnel gegangen. Ah! Okay. Oh. Mit Wrenze. Und er lebt. Das kann ja wahr sein. Oh. Du hast nicht nur gewonnen. Hat der eine Splosene oder was zum daten? Nee, er hat das auch naiv. Der hat sie eh genommen. Diesen Kampf haben wir verloren, Rahnfürst. Und es wird nicht eure letzte Niederlage sein. Hm. Mhm, mhm, mhm. Ich spüre nur Hass. Gut gemacht. Festung zerstört. Das sind die Flut. Der Feind ist Treibheits. Ohne geht's also ab, oder? Weil ich jetzt nie packe, ne? Ich würde schon gern dort sitzen. Ich würde schon gern dort sitzen. Ach. Du liebe Güte. Ach. 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 rückt näher jetzt alle hoch Okay, das könnte, wenn du ganz gut von uns ausgehst. Dann schärende Level 20. Ja. Aber wir sollten zwei haben. Oh. Das ist Wahnsinn. Oh. Oh. Cut. Das ist nicht geil. So, getötet. Das ist schon mal richtig. Danke. Danke. Wie, die machen du bloß? Das hätten wir ja nur noch. Ja. Fünf? Danke. Waren das etwa eure Festung? Hm? 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 Ja. Oh. 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 Ist jetzt vielleicht… Oh ja! Bringt uns gar nichts! Drei durch. Wenn wir alle grehen, hätten wir. Zwölf Schuss. Gäbe auch nicht, wir grehen nicht alle. Der Orbe fällt unser Ding um. Ah, die sind die zu helfen im Aufraum. Haben wir jetzt ja. Helfen sie da nicht. Töte sie. Dich pack ich auch. Hä? Äh, wir haben alle! Der Unterwäscher. Yeah! Ich wünschte Post, wer noch da? Ich werde nicht in diese Hege in den zurückkehren. Ich werde nicht in diese Hege in den zurückkehren. Ich werde nicht in diese Hege in den zurückkehren. Ich werde nicht in diese Hege in den zurückkehren. Ja. Kommt. 2 Schaden. Ah, die Fiede. Ah, die Bombe. Achtung. Wenn der Geld aus rauslaut, trug sich voll auf. Oh, mich ernst. Oh, hopp. Ich denke, ich bin immer auf der H1-Strahl. Warum? Nee. Doch, stimmt. Und mach diesem Totengräber ein Ende. Hol das mal von der H1. Nein, mein R1. Ich wusste nicht. Ich wünsch dir jetzt bloße. Achso. Ja, gut. Niederlage. Merkert, ich muss das X ausprobieren. Okay. Warum? Konzentration ist nicht vorhanden. Okay. Nein. Ja, aber die Gefahr ist, wenn du das X drückst, dass du den Startknopf nicht mehr findest. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es dir ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie sie sind.